Ok Leute, FA ist zurück! Natürlich für mein Kumpel, mein Kind, das ist ja wirklich intense. Also Leute, heute machen wir hier ein bisschen Challenges, machen ein bisschen Panara, wir machen Salat, wir wollen uns noch wieder battle. Leute stehen drauf, wenn wir uns battleen und heute werde ich euch zeigen, meine Challenges, ich weiß nicht, Bruder, Wann ihr läuft einfach mal Challenges, Bruder? Wann ihr läuft? Komm, Bruder, lass uns wach, lass uns wach. Das waren wir heute, wir fangen heute mit der Weltmittler Challenge an. Und, ja, seht ihr euch. Aber Bruder, wer könnt ihr fahren eigentlich? Machen wir so. Machen wir so. Du bist drei oder eins, Bruder? Du bist eins. Ja, Bruder, du bist eins. Seelenverfahren! Ich glaube, das waren Seelenverfahren. Ah, ja. Let's do it. Ja, Bräcki, du bist da weg! Hey. Das war's. Was hab ich immer aus dem Innenladen gelernt worden? Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen, vergesst nicht zu abonnieren und schreibt in die Kommentare was ihr noch sehen wollt, was ihr für Vorschläge habt und vergesst nicht im Instagram zu folgen.